guten morgen heute haben wir den 13 dezember und wir dürfen die tür nummer 13 öffnen ja da ist eine figur drin und zwar ein biker scout vorne und hinten gedruckt wenn er nicht gerade um fällt ich halte mal hoch gut sehen kann der fokus ist mir heute gnädig eine sehr schöne figur gut gearbeitet ja ist okay dann würde ich sagen wir sehen uns morgen wieder um dieselbe zeit mit einem neuen türchen tschöle